Musik Ja, der Lippenstift. Von dem hab ich es mir erzählt. Ja, ich hab mir einen bestellt, der ist sautreuer, aber der hält 24 Stunden am Tag. Den trägst du morgens auf, machst nichts weiter und sitzt abends immer noch perfekt. Hast du das für einen Lippleiner? Nee, der ist ganz normal. Einfach so rausfertig. Ich muss den haben. Ich bestell demnächst. Soll ich dir auch einen besorgen? Oh ja, machen wir fein. Das ist kein Ding. Dank. Das ist ja riesig. Oh mein Gott. Dürfen wir das mal anfassen? Ja, klar. 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 Vielen Dank.